Das Bonifatius-Werk kenne ich vor allen Dingen aus der Perspektive von Mainz. Gelbe Busse, Bonifatius-Busse, die unterwegs sind in unseren Diaspora-Gebieten, die helfen, dass der Glaube zu den Leuten kommt und die Leute zur Gemeinde kommen. Das ist etwas, was zunehmend wichtig ist. Wie kommen wir nahe zu den Menschen hin? Und das erlebe ich auch im Bonifatius-Werk mit den pastoralen Ansätzen, mit den vielen Unterstützungsformaten, die es gibt. Den Glauben an Jesus Christus, die frohe Botschaft des Glaubens an junge Leute hinein zu sprechen, in diese Gesellschaft und in diese Zeit hinein. Dann kenne ich das Bonifatius-Werk aus seinen Verbindungen zur Diaspora vor allen Dingen in Skandinavien, in den nordischen Ländern. Da habe ich das eine oder andere auch schon besucht, Projekte davon wahrgenommen und ich finde das ganz fantastisch zu sehen, wie wir hier über unsere eigenen Grenzen hinweg in einer Solidarität, den Glauben, Leben und Kirche sind. Als künftiger Erzbischof von Paderborn, so habe ich jetzt in der Vorbereitungszeit gelernt, bin ich zugleich Protektor des Bonifatius-Werkes. Das ist anscheinend so etwas wie ein Botschafter für die Anliegen des Bonifatius-Werkes. Die Unterstützung, Christen in der Diaspora gute Weisen, gute Möglichkeiten zu geben, wie sie ihren Glauben überzeugend leben zu können. Aber auch eine Beziehungspflege und gute Kontakte in die Länder Nordeuropas, in die besondere Situation von Schwestern und Brüdern im Glauben in diesem gesellschaftlichen Kontext. Da wollen wir unterstützen, da wollen wir mittragen und dafür so etwas wie ein Botschafter sein. Darauf freue ich mich, weil es mit Sicherheit auch ganz neue Einsichten und ganz neue Inspirationen geben kann, die für mich neu sind. Was sind die Herausforderungen, was sind die Möglichkeiten, was sind die Chancen, in diesen Ländern den Glauben froh und überzeugend und glaubwürdig leben zu können. Die neue Aufgabe hier im Erzbistum Paderborn ist für mich eine Herausforderung. Ich habe großen Respekt davor, weil alles im Grunde für mich neu ist. Ich bin aber eigentlich auch sehr neugierig und deswegen freue ich mich auf diese neue Aufgabe. Ich freue mich, viele Menschen kennenzulernen, die gemeinsam Kirche sein wollen. Ich freue mich darauf, auf die besonderen Eigenarten des Erzbistums Paderborn, all das, was mit dazugehört, das wahrzunehmen und gemeinsam mit den Menschen hier zu überlegen, wie wir gut als Kirche in die Zukunft gehen können. Ich erlebe, dass es da ganz viele Überlegungen gibt, dass es da ganz viel kreatives Potenzial gibt, mich da einzuklinken, mit auf diesen Weg zu gehen und diesen Weg mitgestalten zu dürfen. Das finde ich eine schöne, spannende Herausforderung. Darauf freue ich mich wirklich.